1, 2, 3, ffff... 1, 2, 3, 4... ...h, h, 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 h! ...h, h, 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 h! ...2, 3, 4, 5... ...h, h, 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 h! ...2, 3, 4, 5, 6... ...hoppa und hoppa... ...und dann schauen wir noch mal nach dem Zwiebelino... ...der wird da genau reinpassen. Wie gesagt, dann ist halt die Frage, wie komme ich zu dem Typ da hinten? Das wäre dann die magische Frogie. Ey, da müsste ich ja... ...Felder zerstören. Na ja, gut, da komme ich dann halt nicht drum. Die Frage ist halt Wessen. Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuer schwelt. So, dann müssen wir mal kurz gucken. Je nachdem, wo das Feuer wäre. Aber die Feuerwehr kommt schon, okay. So, dann, wenn wir doch mal hier sind, dann können wir doch auch mal gleich mal gucken... ...wie es denn mit den Bedarfsgütern so ausschaut. Aber bisher sieht es alles noch ganz in Ordnung aus. Kleidung wird vielleicht ein bisschen knapp. Aber ansonsten... So, wir sind bei 4000 Einwohnern. Gut. Also, ich dann auch noch nicht hab. Noch überhaupt gar nicht. Ach, das ist ja auch noch eine Möglichkeit fällt mir grad ein. Die Tabarinos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alles andere ist eh dämlich, fällt mir da grad ein. Hm. Und es gäbe dann 7, was eine ungeschickte Zahl für meine Tabakdrehereien wäre. Ich meine, gut, ich hätte eine Reserve, aber geschickt wär's trotzdem nicht. Wir laden jetzt erstmal das Zeug hier aus. Zack. Zack. Nö, dann machen wir das doch so, oder? Also, zack. Zack und zack. Und dann würde ich schon mal Plantagen bauen wollen. Also eine hier. Eine hier. Die andere noch nicht. Eine da. Steine bräuchte ich. Ach, Steine habe ich ja noch. Eine da. Eine da. Und von mir aus auch. Eine da. So. Und dann gäb's die Tabakdreherei. Einmal da. Für hier und hier. Einmal da. Für hier und hier. Und einmal da. Für da und da. Dann würde ich mich ja nur noch mit den Tabakdrehereien verbinden. So. Was fehlt dir? Steine. Okay. Dann gehen wir nochmal Steine holen. So. Und dann kannst du hier. Sagen. Öhm. Tabak. Äh. Nein. Tabak. Waren. Und Tabakwaren. Und dann gehst du. Dahin und sagst. Tabakwaren. Und. Tabakwaren. Dann sind wir erstmal glücklich. Und dann machen wir hier genau das gleiche. Tabakwaren. Und Tabakwaren. Ich glaube nicht, dass wir die Menge an Tabak haben werden. Tabakwaren. Tabakwaren. Aber wir werden vorbereitet. Tabakwaren. 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 Ach so. Meinem Bürgern mangelt es an Stein. Deswegen brauchen die so ewig. Ich meine, das ist natürlich auch in einer gewissen Art und Weise sympathisch. Wenn ich dann jeweils einen Blick drauf werfen kann. So, ich müsste mal Tabakmanufaktur gucken. Wie wäre jeweils fünf? Ich brauche drei. Ja, das lassen wir jetzt erst einmal. Das ist jetzt nicht so super effektiv. Aber das juckt mich gerade wenig bei dem Geld. Nein, nicht dich, sondern dich. Und dann würde ich sagen, Stein sei mein. Sei mein, du Stein. Du, 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 du. Ich wollte... Wunderbar. Die reichen mir, glaube ich, auch schon. Naja, gut, eigentlich nicht. Aber das können wir in einem späteren Zeitpunkt noch machen. Du, 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 du. Also ich muss ja eh darüber. Das heißt, ich würde den da reinschneiden. Und da und dann... Das können wir eigentlich mal ausprobieren, ob das geht. Verkaufe ich die Steine eigentlich? Nö. Also, da oben meine ich. Verkaufe ich da irgendwas? Nö. Verkaufe ich da irgendwas ein? Auch nicht. Mein Stein kommt ins Rollen. Lass uns ein bisschen tollen. 4100. Was ist mit dir los? Warum bist du nicht so glücklich? Ach, war wieder irgendjemand krank oder so, he? Von seinesgleichen. Da, 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 da. Da, da, da. So, gut. Dann würde ich sagen, hey. Hier, den würde ich gerne so haben. Und dann würde ich da mal gern einen Weg hin bauen. So, zack. Zack. So, dann wäre da die nächste Tabakmanufaktur. Und zwar würde ich die... Da, da, da und da sagen. Und dann gäbe es die dritte Tabakmanufaktur hier. Und die wäre... Äh, äh. Und äh, äh. Äh und äh. So. Dann können wir das so machen. Und so machen. So machen. Und dann würde ich mal schauen. Klappt es? Was fehlt? Oh, Stein. Mein lieber Stein, lass das sein. So. Und das heißt, wir können die Taitha nehmen und nochmal nach Hause düsen. Und meine Freunde grüßen. Sag mal wieder Steine bis zum Abwinken. Haben wir jetzt wieder die Leute aufgepepelt. Wahrscheinlich schon, ne? Ähm. Vom Palast aus war die Perspektive. Genau. Die sind jetzt auch wieder alle Aristokraten. Das ist ja zum Putzen. Okay, dann müssen wir da auf jeden Fall einen hinsetzen und da auf jeden Fall einen hinsetzen. Theoretisch auch da. Ich würde die ganz gerne allerdings jetzt erst mal da und da sagen. Und da und da. Also die offensichtlichen Schneisen quasi. Die offensichtlichen Schneisen, in die sie kräftig oder so ähnlich. So. Wunderbar. Also du kannst voll, aber eigentlich ist es relevant. Oh, da gibt es auch noch ganz viel. Und da. Wie gesagt, ich möchte es nicht übertreiben. Weil das halt mit dieser Versorgung ganz schnell wieder in den Keller gehen kann. Wie man an den Gewürzen sieht. Und an den Kleidern. Darum würde ich jetzt vielleicht mal wieder eine Schneiderei bauen. Ah, wo ist denn da? So, darfst du da hin. Ist okay. Cool. Okay, dann darfst du mal... Naja, das ist so die Frage, will ich das schon eigentlich? Ey, dann darf ich mir ja wieder die ganze Zeit anhören, dass die Tabakwaren zu Neige gehen. So, dich nehmen wir mit. Der Rest ist mir gerade gar und dann düsen wir nochmal nach da hinten. Dann sagen wir hier, Hooray Day. Dann sagen wir zu dir doch mal, Bäm, düse mal los. So. Und da ist halt die Frage, reicht das für 500... 1000, 1500. Das heißt, das wird vorne und hinten nicht reichen. Na ja. So, theoretisch können wir auch Schmuck einkaufen. Fällt mir da gerade ein. Für wie viele Tonnen? 675. Nie im Leben. Wäre ja mein schönes Geld ratzi fatzi wieder weg. So, und die Sache mit der Nahrung ist, die scheint mir jetzt auch langsam mal wieder zur Neige zu gehen. Und da kommt Tabakwaren. Kaum sind sie da, sind sie auch schon wieder weg. Ja, sehr genau das, was ich gemeint habe. Also, die reichen halt vorne und hinten nicht. Ich meine, eigentlich brauchen wir die auch nicht. Das ist ja alles rein, äh, für, wie nennt man das? Ach, Holz habe ich jetzt auch nicht mehr genug und... Ja. Und Werkzeuge auch nicht. Okay, dann düsen wir doch noch mal rüber. So, hatte ich nicht hier irgendwo... Da hatte ich Siedler. So, und die Perspektive war ja die da. Da sind noch Pioniere und da sind noch Pioniere. Okay, also wir haben noch so ein paar Häuschen, die vor sich hin wachsen können. Wie gesagt, wir machen das ja alles immer ganz chillig, ganz relaxer-mäßig und dergleichen, weil wir einfach immer alles im Blick behalten wollen. Und wie gesagt, ich bin jetzt eigentlich der Meinung, dass wir inzwischen an einem Punkt angekommen sind, wo die Versorgung wieder kippt. Also wir gucken uns das mal an hier und sehen... Eure Mine ist nutzlos geworden. Ja. Das ist zum Beispiel auch noch so ein Ding. Das ist halt das, wenn man sich Zeit lässt. Lass dann diese ganzen... Gedönses nicht mehr funktionieren. So, wo war denn die Mine jetzt eigentlich? Die waren doch irgendwo... Ach Gottchen. Da war es nicht. Da war es. So, du holst einfach nur Alkohol. Okay, du holst auch nur irgendwas. Eisenerz wird von jemand anders abgeholt. Der holt dann halt in Zukunft noch mehr Alkohol. Noch eher mit vor dem Astri. Dценjusen. Du hast nicht mehr Alkohol. Untertitelung des ZDF, 2020